Mit Archiv Suisse bieten wir hier am Standort Ahrtal Archivdienstleistungen aller Art an. Nach dem Motto sicher, kompetent und persönlich. Sicher, weil wir Einbruch, Feuer und Klima geschützt sind. Kompetent, weil wir mehr als nur Logistik bieten, sondern eben auch mit wissenschaftlichen Mitarbeitenden können die Inhalte der Akte bewerten. Und persönlich, weil wir sehr gerne auch massgeschneiderte Lösungen unseren Kunden bieten. Unsere Dienstleistungen eignen sich eigentlich für Firmen aller Art. Alle, die ein Archiv im Keller haben, und weil sie zügeln, weil sie das Projekt haben, weil der Archiv angepensioniert wird oder weil sie einen Schaden haben. Das heisst, man kann die physischen Akten, die man aus Datenschutzgründen aufbewahren muss, uns bringen und wir verwalten sie professionell. Mit Archiv Suisse konnten wir vor 5-6 Jahren einen ersten Standort hier im Ahrtal nehmen. Wir waren sehr dankbar, dass wir sehr unkompliziert konnten. Einfach einmal etwas an Waren stellen. Wir sind dann stetig gewachsen, was dann auch immer mehr Platz gebraucht hat. Wir mussten expandieren und so sukzessiv die Räumlichkeiten ausbauen können. Wir sind heute bei über 2.200 Quadratmeter und sind bereits mit der Hiag wieder im Gespräch für weitere Räumlichkeiten. Der Standort Ahrtal ist für uns interessant, weil wir das Setoffice in Oster haben. Das heisst, wir sind hier sehr lokal zu Hause. Wir haben nicht weite Wege so. Wir haben einen rasten Anschluss an die Autobahn und mit der Hiag einen guten Partner gefunden, um unsere Bedürfnisse abzudecken und weiterzuentwickeln zu können. Besonders die